Was ich am Wochenende mache? Am Samstag muss ich zuerst meine Hausaufgaben machen und dann mache ich die Wohnung sauber. Am Abend mache ich eine Party. Dafür möchte ich noch einen Salat und einen Kuchen machen. Am Sonntag mache ich einen Ausflug mit meinen Freunden, aber dafür haben wir noch keinen Plan gemacht. Am Abend mache ich meine Bewertung. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Sag's lieber so hier auf Deutsch+. Ich bin Susanne und ich möchte euch gern dabei helfen, euren Wortschatz zu erweitern. Deshalb stelle ich euch ab sofort regelmäßig Synonyme vor für Wörter, die ihr schon aus A1 und A2 kennt und die ihr sehr häufig verwendet. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist völlig okay, wenn ihr diese Wörter weiter benutzt. Aber ihr wisst, auf dem B-Niveau und vor allem ab B2 muss euer Wortschatz wachsen. Ihr müsst viel mehr Vokabeln kennen, um Texte zu zu verstehen. Und es ist wichtig, dass ihr nicht immer wieder dieselben Wörter verwendet. Los geht es heute mit dem Verb machen. Hier kommen zehn Alternativen und natürlich gebe ich euch auch immer ein paar Beispiele dazu. Wir starten mit dem Verb erledigen. Erledigen ist ein super Verb mit einer eher allgemeinen Bedeutung. Es entspricht ungefähr dem Englischen to get something done und es passt in vielen Situationen. Zum Beispiel statt ich muss heute Abend noch etwas machen, kannst du sagen ich muss heute Abend noch etwas erledigen. Üblich ist es auch zu sagen ich habe heute noch etwas zu erledigen. Man kann aber auch ganz konkrete Sachen erledigen und in so einem Satz brauchst du ein Nomen. Zum Beispiel statt ich muss meine Hausaufgaben machen, kannst du sagen ich muss meine Hausaufgaben erledigen. Oder genauso ich muss heute noch die Wäsche erledigen. Ich muss den Einkauf für die Party erledigen. Oder auch ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Wenn du eine Freizeitaktivität planst oder einfach über eine Freizeitaktivität sprichst, dann kannst du statt machen das Verb unternehmen verwenden. Zum Beispiel statt wollen wir am Wochenende etwas zusammen machen, kannst du sagen wollen wir am Wochenende etwas zusammen unternehmen. Oder statt wir haben am Sonntag einen Ausflug gemacht, kannst du sagen wir haben am Sonntag einen Ausflug unternommen. Etwas unternehmen hat aber auch noch eine zweite Bedeutung. Etwas unternehmen bedeutet etwas gegen ein Problem tun. Etwas tun, um eine schlechte Situation zu verbessern. Zum Beispiel in einer Situation wie der folgenden. Immer mehr Firmen nutzen junge Menschen aus und bezahlen sie nicht fair. Statt dagegen müssen wir etwas machen, kannst du sagen dagegen müssen wir etwas unternehmen. Veranstalten bedeutet etwas stattfinden lassen und dabei geht es auch häufig um Freizeitaktivitäten, ein Event oder eine Feier, hier kommen wieder ein paar Beispiele. Statt wir haben eine große Weihnachtsfeier gemacht, kannst du sagen wir haben eine große Weihnachtsfeier veranstaltet. Oder auch der Verein veranstaltet jedes Jahr ein Treffen für alle Mitglieder. Oder die Stadt veranstaltet ein Benefizkonzert. Oder auch die Kinder haben auf dem Schulhof einen Flohmarkt veranstaltet. Es kann dabei natürlich auch um offiziellere Anlässe gehen, zum Beispiel die Uni veranstaltet regelmäßig Seminare zu diesem Thema. Oder die Polizei veranstaltete eine Pressekonferenz. Wenn man etwas anfertigt, dann kreiert man etwas besonders sorgfältig. Häufig, aber nicht immer benutzen wir dafür die Hände. Hier kommen ein paar Beispiele. Statt der Architekt macht eine Zeichnung kann man sagen, der Architekt fertigt eine Zeichnung an. Und hier seht ihr schon, anfertigen ist ein trennbares Verb. Andere Beispiele, die Polizei konnte sehr schnell eine Unfallskizze anfertigen. Oder die Kommission braucht Zeit, um ihren Bericht anzufertigen. Das Verb anfertigen benutzen wir auch oft, wenn ein Produkt individualisiert wird, also wenn es an einen bestimmten Kundenwunsch angepasst wird. Dann sprechen wir auch häufig von einer Spezialanfertigung. Auch hier habe ich ein paar Beispiele für euch. Peter hat sich einen Anzug nach Maß anfertigen lassen. Anderes Beispiel. Diese ausgefallenen Möbel hat ein Tischler für uns angefertigt. Bei dem Verb herstellen geht es auch um ein Produkt. Herstellen bedeutet produzieren. Und die Beispiele? Die Firma stellt hochwertige Ersatzteile für Fahrräder her. Und ihr seht, herstellen ist ein trennbares Verb. Oder ein anderes Beispiel. Aus den alten Bettlaken können wir unsere Kostüme herstellen. Ihr kennt das Verb vorbereiten sicher in dem Kontext sich auf eine Prüfung vorbereiten, also für eine Prüfung lernen, sich für eine Prüfung bereit machen. Etwas vorbereiten bedeutet aber auch eine Arbeit für etwas vorher erledigen. Und in dieser Bedeutung können wir dieses Verb auch statt machen verwenden. Zum Beispiel Für dieses Video habe ich auch ein paar Animationen vorbereitet. Oder Die Designerin bereitet Entwürfe für die Modenschau vor. Auch wieder ein trennbares Verb. Bei dem Verb zubereiten geht es eigentlich immer ums Essen. Zubereiten bedeutet, wir nehmen die einzelnen Zutaten und wir machen daraus ein fertiges Essen, ein fertiges Gericht. Natürlich könnt ihr hier statt machen auch die konkreteren Verben backen oder kochen benutzen. Oder ihr verwendet zubereiten. Das passt in beiden Fällen. Ein paar Beispiele. Statt ich mache heute Abend eine Suppe, könnt ihr sagen, ich bereite heute Abend eine Suppe zu. Auch wieder ein trennbares Verb. Oder wir wollen für die Party ein paar Salate zubereiten. Noch ein Beispiel. Meine Mutter bereitet mir zum Geburtstag meinen Lieblingskuchen zu. Unsere nächste Alternative heißt sich beschäftigen mit. Achtung, das ist reflexiv und wir brauchen in diesem Kontext auch die Präposition mit. Sich mit etwas beschäftigen oder sich mit jemandem beschäftigen bedeutet zum einen länger über etwas oder jemanden nachdenken. Zum Beispiel in dem Satz ich habe mich länger mit diesem Problem beschäftigt. Es bedeutet aber auch eine Sache, ein Problem, eine Aufgabe länger bearbeiten. Man beschäftigt sich zum Beispiel beruflich mit Dingen und dann funktioniert es auch als Alternative für Machen. Ich zeige euch ein Beispiel. Statt in der Firma mache ich die Kundenanalyse. Kann man sagen, in der Firma beschäftige ich mich mit der Kundenanalyse. Ein anderes Beispiel. Wir haben in diesem Kurs viel Grammatik gemacht. Man kann stattdessen sagen, wir haben uns in diesem Kurs viel mit Grammatik beschäftigt. Das Verb durchführen passt auch in vielen Situationen als Ersatz für Machen. Etwas durchführen bedeutet etwas, das man geplant hat, verwirklichen. Es bedeutet auch eine Arbeit vom Anfang bis zum Ende komplett machen. Statt die Schülerinnen haben eine Umfrage gemacht, kann man sagen, die Schülerinnen haben eine Umfrage durchgeführt. Andere Beispiele, kleinere Reparaturen kann unser Hausmeister selbst durchführen. Die Ärztin führte gerade eine Operation durch. Die Uni hat ein Programm für ausländische Studierende durchgeführt. Etwas absolvieren, dieses Verb benutzen wir häufig in beruflichen Zusammenhängen. Etwas absolvieren bedeutet etwas erfolgreich abschließen, etwas erfolgreich beenden. Zum Beispiel, statt sie hat ein Praktikum in einer Klinik gemacht, können wir sagen, sie hat ein Praktikum in einer Klinik absolviert. Oder statt er machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger, können wir sagen, er absolvierte eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Das waren also zehn Alternativen für das Verb machen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt sie mir gern in den Kommentaren. Und abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr weiter mit mir zusammen euer Deutsch verbessern wollt. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Guyser Ciao! So,태ts! denn Untertitelung des ZDF, 2020